Hey, willkommen zur 46. Folge von Dead or Alive 5. Weiter geht das Training. Mal sehen, was nehmen wir denn heute? Wir haben ja nur noch zwei zur Auswahl. Wieder die oder die. Hier richtig. Wie kämpfe ich gegen mich? Es wird... Es lädt. Ich hoffe, es lädt schnell. Dann können wir auch sofort starten. Eingabbertraining beginnen. Fängt ja eigentlich schon mal leicht an und ich mach gleich Mist. Gut. Sie ist eigentlich auch recht flink mit ihren Kombos. Nein. Wieder total falsch. So. Es geht recht flott. Aber es sind 135. Und wer weiß, was für Kombos dabei sind. So. Ich weiß nicht, was die für Kombos hat. Ich mach sowas jetzt zum ersten Mal mit ihr. Da. W- Winn. Wie interessiert während des Spiels noch was für Kombos die hat. Ich drück einfach irgendwelche Tasten und wenn was kommt, dann kommt was eben. Was ist das? Wir haben uns vergessen Das wars doch jetzt, warum ist das nicht gut? Gut Ihr kriegt das hier jetzt aber ganz schön was ab, hm? Warum war das jetzt nicht gut? Das war doch gut! Gut Gut Nein, ich habe die Tasse gedrückt Verdammt Jetzt Hä? Was? Warum? Hä? Okay Okay, dann zeig mir mal den Move Äh, so ähnlich hat die das doch gemacht Hä? Jetzt Äh, nein Nein Ich bin auf jeden Fall schon gut herangekommen jetzt Äh, jetzt Äh Eher Äh Äh Das ist ein Verlierer! Das war ein Verlierer! Was ist das denn noch? Was ist das denn noch? Das ist dein Verlierer! Ha! Langweilig... Ich find's witzig. Warum? Mach's so richtig. Mache ich das jetzt richtig oder irgendwie falsch? Ich weiß nicht, soll ich eine andere Taste drücken? Ah, jetzt. Okay. Entschuldigung, oder? Hast du Spaß gemacht? Das ist deine Waffe! Oh! Oh! Eigentlich wäre der Schädel dadurch schon gebrochen. Ja, ja. Gut. Ah, jetzt sind wir schon beim Kontern. Oh. Oh. Also bis jetzt war es relativ einfach. Na, zu früh. Tschüss. Zu spät. Genau richtig. Tschüss. Bam. Ähm. So, es tut doch weh. Gut. Gut. Mhm. Dann werden wir den Rücken zum Gegner. Okay. Okay. Das waren drei Mal. Na, wann wird's denn was? Das macht aber auch nicht mehr als drei Mal. Obwohl ich mehrere Male mache. Oh, das ist so. Oh. 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 wie schnell muss ich das denn machen also wieder schnell noch langsam bringen keine ahnung es ist es 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 geht doch nicht normal also nach dem zweiten loslassen oder wie ja ja ok nach dem zweiten muss man das loslassen gut gut die Pause ist wirklich eine Pause knappe Sekunde nein das war falsch das war blöd ich nicht die die we nicht die wir sind jetzt haben wir es Echt schnell, die Kombos jetzt. Nein, ich hab das P vergessen. Hat hier viele Kombos. Nein, stopp! Vergessen! So viele mit dem Rücken zum Gegner. Alter! Okay, die Pause war wohl noch zu kurz. Okay. Ne? Wie viel kommt denn jetzt noch? Schon wieder fast 15 Minuten. Ja! Mann, wie oft willst du jetzt noch? Oh Mann, wie oft willst du noch, noch ? Offline gehen, Alter! Jetzt seh ich doch die R3 Demoanzeigen nicht mehr. Gut, schon wieder mit dem R3 Demoanzeigen. Alter, wie oft noch? Noch mehr, komm, steh auf, ok, nein, falsche Taste, Mann, hab's ja gleich geschafft, ich hoffe, dass ich's schaffe, dass nicht noch irgendwelche utopischen Dinge hier vorkommen, die man überhaupt nicht schaffen kann. Jetzt rücken des Gegners, aha. Na komm, steh auf. Jetzt komm, die letzte, und, 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 fertig. Systemsprache und Titel. Ach man, bin ich wieder glücklich jetzt. So, weiter geht's, also beim nächsten Mal mit dem letzten Charakter. Ich hoffe, ich habe es dann keinen vergessen. Und, ja, dann ist es halt der letzte beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, wann ich den letzten überhaupt mal freischalte. Brauche ich 300 Titel. Und ich habe, keine Ahnung wie viel, 25,1%. Okay, ich habe 136, na gut, schaffe ich jetzt sowieso nicht. Also, dann den allerletzten noch. Ein andern Mal dann vielleicht. Auf jeden Fall beim nächsten Mal den letzten jetzt für diese Runde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.